Glauben die, dass wir wallhacken, oder was? Ich, ist richtig? Du bist immer wallhacken. Die glauben, dass wir hacken? Du machst jetzt IGL? Sind du, du bist unser Igel? Das Kameran hat Corona. Echt jetzt? Ich hab Grippe und dann kam heute noch Gesundheitsamt bei dir hier. Wir stecken euch jetzt allen erstmal ein Stäbchen in die Nase. Ich hab das gemacht, bevor ich nach Leipzig gefahren bin am Wochenende. Das war so eklig, Alter. Ich steck das einen Zentimeter rein. Das krabbelt bis zum geht nicht mehr. Ja, mein Gott. Die hat das bei uns mit der Zange gemacht. Hätte ich das Stäbchen losgelassen und meine Nase gefallen hat. Wieso? Ich schieb dir da ins Meilen. Geben sie es bitte wieder her. Das ist Diebstahl. Also ich hatte schon bestimmt 20 Stück. 20 Tests. Aber du bist das im Lacher ja gewohnt, ne? Boah! Leonie lässt dir das nicht gefallen. Kannst du Deepshoten? Vor B, Vor B. Diverse Aktivitäten. Ah, Yakuza, das hat er durch! Nice, nice. Noch mehr durch? Ja, zwei, drei. Ähm, ich wollte kurz Bescheid geben. Bis gleich. Sehr gut, bis gleich. Viel Spaß. Get on a terrorist. Yakuza. 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 Ich war gerade auf... Ich war gerade auf Askaban. Gerade war ich auf Askaban. Oh. Hat er hart reingejobbt? Ja, er geht durch den Smoke. Der geht halt schön mit dem Rücken zwiebeln. Er verschießt einfach seine letzte Schüssel. Und dann nehmt das einfach noch. Ich hatte halt nicht mal Schuss. Gott, zwei Schüsse daneben gesemmelt. Du blöde Kuh. Ja, zwei Schüsse daneben und dann hatte ich nicht mehr. Du blöde Kuh. Einer müsste noch Low haben. Low, Low. Ich bin recht Low in Banane. Low Low? Snesel, hast du den einen 99 in 1 gegeben? Nee. 86 in 1. Hast du einen geschlagen, Snesel? Hast du einen von denen geschlagen? Wir kriegen Komplimente. Echt? Von den Gegnern? Boah. Strategisch spielen. Dass wir strategisch spielen. Ja. Wir haben nicht strategisch das Spiel. Die sind überall reingepusht. Ja, eigentlich. Das ist ja unsere Strategie. Ich sehe nichts, Yakuza. Bist du drauf? Ich bin zurückgegangen, Yakuza. Ich bin nicht mehr da. Ach, es ist schön, Yakuza, oder? Es ist echt schön. Ja, wahrscheinlich. Hallo, Kronk? Acht Kills, das reicht jetzt auch wieder für die Hälfte. Das kann ja echt richtig reinziehen. Reinziehen? Reinziehen kann man gerade. Reinziehen. Oh. Was wolltest du sagen, wenn es dir schlecht geht, dann? Dann habe ich hier ein Edding gekriegt. Ah, ja. Ich habe ein Uhu liegen. Ach, die Flash war aber jetzt ein bisschen dreckig. War gut. Naja, ich bin halt geflasht. War es nicht. Oh mein Gott, Mitte ist weg. Wie? Wie? Ihr seid down. Was ist jetzt? Einer Urlo. Aber ich auch. Äh. Der Pietro, alter. Der Peo mit seiner Einmedaille ist wieder hart am Spielen hier. Der Maid da auch gerade ist. Jetzt komme ich. Entmute direkt die Gegner. Ich will den Trashtalk sehen. Ich decoy und guck mal, Yakuza. Ich sehe keinen. Halt einfach Banane. Ja. Kommen die? Ne. Nice. Jan, kannst du hinter dir legen? Natürlich, natürlich. Bitteschön. Bitteschön. Der ist gut. 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 Der mutet sich gerade zum Husten. Er ist sehr höflich. Er hustet sich gerade zum muten. Er ist extrem mutig. He is stunning and brave. Oh mein Gott, Yakuza. Lauf. Die rennen durch die Molli. Oh Gott, ja. Ich sehe ihn. Ich war auf dem verfickten Brunnen. Geblendet noch. Das ist B. Bitteschön. Anahne müsste frei. Maybe pool. Aimer pool oder eins. Nice. Lass es euch mir schmecken. Was gemacht? Ja bitte. Was machst du denn jetzt, wo du Corona hast? Kriegst du Medizin oder so? Ich habe jetzt das Antibiotikum bekommen. Und da ich auch so schon Grippe habe, habe ich halt noch so quasi andere Sachen bekommen. Cool, okay. Und jetzt halt einfach zuhause sein. So, drei Wochen oder so. Und dann halt mal schauen, wie es weiter läuft. Ah, ich habe noch Flash. Oli, mach. Dann übers Dach flashen, wenn ihr close seid. Mach, 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 mach. Sehr schön, sehr schön. Und die Farmaski ist sogar, die schieß sogar geradeaus manchmal. Ich würde ihn so erziehen, dass er von selbst auf die Toilette geht. Das ist natürlich optimal. Ich habe 18 AP. Ich gehe mich begraben. Nice to die shadow. Ich stehe schon wieder. 3, 1, 5. Also die Yakuza konnte ich schon ordentlich rein rödeln. Vor allem die ersten paar Runden, das ist echt nicht gelaufen. Wie können wir denn jetzt solche Keks haben? Nice Niesel. Ja, weißt du, vorhin auf Train haben wir die Schwitzer vor dem Herrn und hier solche Keks. Das ist lächerlich. Das erste Mal, dass die Uhrzeit was bringt. Ist das die zwei auf Ks oder? Ja. Möglich, aber ich würde nicht hingehen. Lieber die Zeit ablaufen lassen. Wir haben ja Zeit. Das ist schon sehr nice, dass wir jetzt solche Keks nochmal bekommen hier auf die Nacht. Herrlich. Ne. Fühlt sich nicht gut an. Immer wenn ich nicht dabei bin. Ja, besser ist es auch. Besser ist es aber auch. Fühlt sich nicht gut an. Doch, fühlt sich gut an. Doch, fühlt sich gut an. Also lieber so eins wie halt das komplette Gegenteil um gecheatet zu werden oder sonstiges. Ja, nach dem 15-15-20 auf Mirage ist mir so ein Game echt. Ja, wir haben es auch einfach mal verdient. Genau, genau. Ah, jetzt gehen sie hin und snacken sich die Kills. Aha, okay. Ja, das sind die Leute, die den abrankt brauchen. Ey! Ja. Nee, 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 nee. Also ich habe meinen Ace gemacht, da hatten die nicht drei AfKs. Hallo, ich war noch nicht Global. Ich brauche auch. Ja, ich war auch nicht Global. Die waren auch alle nicht AfK. Schneid das raus, dann schneid das raus. Ja, die sind gelaufen die ganze Zeit an ihrem Spawn im Kreis. Ja, ja. Die sind gelaufen, Azkaban. Oder auch nicht. Also einer ist für mich, bitte. Danke. Die schießen zurück. Macht tot! Ja! Jetzt dürft ihr den Rest machen. Ich brauche keinen Kick, Kick. Jan, mach mal einen Ace jetzt, komm. Ja, ja, ich gehe hin! Peck, 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 peck! Jan macht jetzt einen Ace, das ist ja nämlich was für ein Frank-Pofi. Warte, was für eine Wache soll ich nehmen? P90? Ja. Alter, wenn die jetzt einen Legelf haben, mich umpimmeln, dann lache ich aber. Einer hat eben geschossen, da musst du aufpassen. Die kommen jetzt ran mit. Oh, Yakuza, danke. Berox, check mal kurz, was die Lage clear ist. Sieht gut aus. Ich flash ho! Aber der dreht sich halt, muss auch. Warte, ich muss was nachladen. Yakuza hat mein Zeug geklaut. Ja, okay, der hat dich angeschossen, das ist erlaubt, das ist erlaubt. Wow, das war fast ein Ace gegen Globals oder so, heftig. Glauben die, dass wir wallhacken oder was? Ist richtig? We are still walling. Die glauben, dass wir hacken. Okay, Berox, bitteschön. Oh! Oh! Nein, das ist meiner! Yakuza, du bist echt schon so ein... Das geht ja jetzt noch zwei Runden. Schon ein Pfarrer ziehen. Wir haben neun Fraks, Yakuza hat 20. Klaut mir alle weg. Wir versuchen es. Berox, Berox, machst du den? Sorry Berox, ich hab den dann doch gekillt, aber bei City ist noch einer. Komm, Berox, make me stilts! Berox, komm, wir machen das jetzt. Berox, mach mir Stilettos! Berox, amen! Berox! Hallo! Aber du bist doch echt weit weg, Berox, das ist schon echt heftig von da. Digger! Boah! Kriegst halt einen Minus-Spec. Das war nicht durchdacht von Berox. Das ist dir wert. Ich würde mich gerne mit dem Thema unterhalten und halt dann wirklich sagen, hey, es hat überhaupt keiner reingehackt. Ob sie dann sich halt irgendwie so komplett dumm fühlen. Keine Ahnung, dann sollen sie halt die Demo gucken. Ich würde echt nur sehen, was die so für Ranks waren. Naja, wahrscheinlich Kekos. Ach du Scheiße. Wir haben gerade gegen deine Skillgroup gespielt. Gegen meine? Ja. Die waren, die waren, dann sagen sie doch, wir hätten gehackt. Die waren halt auch Gold 4, 100 Bar DMG. Einer MG2. Das passt so gut in diese ganze Studie von wegen, je schlechter desto eher werden Cheater erkannt, wo keine sind und so weiter und so fort. Ach Gott, ist das edel, Leute.